moin leute und herzlich willkommen zur nächsten folge hier bei let's play f1 2013 wir sind beim qualifying zum großen preis von ungarn am hungaroring und ja das training war schon sehr vernünftig das war ein zweiter platz den wir dann am ende hatten und jetzt wollen wir zusehen dass wir hier schnell rauskommen ja wie gesagt harte reifen lassen wir mal drauf das sollte trotzdem reichen für die top 16 wenn nicht können wir noch auf die weichen wechseln und dann wollen wir mal zu sehen dass wir hier möglichst nur eine runde brauchen so auf geht's und da fährt direkt einer von uns auf die strecke das ist ja toll okay war jetzt nicht so schlimm ja das kehrs haben wir jetzt schon verbrezelt das hätten wir uns auch ein bisschen besser einsparen können oh weit rausgekommen das war eigentlich nicht der plan okay okay So, gestern hatten wir eine 1,25er Zeit. Da werden wir jetzt, denke ich mal, auch wieder ungefähr hinkommen. Ja, 1,24,7. Das ist ganz okay. Okay, das war eine vernünftige Runde und da würde ich fast sagen, das sollte auch erstmal uns reichen, dass wir hier einfach mal in die Box gehen und das müsste normalerweise die sichere Qualifikation für Q2 sein. Ja, und das mit den harten Reifen, ne? Das ist echt nicht so schlecht. So, jetzt kommen aber die ganzen Top-Teams nochmal durch mit weichen Reifen hoffentlich. Ja, jetzt haben wir uns aber direkt eine Reifenpaar gespart, beziehungsweise vier Reifen natürlich. Ja, und das lief doch schon mal bisher ganz gut. So, das gleiche jetzt nochmal in Q2 und dann können wir schon sehr zufrieden sein. Ja, Niko ist auf dem zweiten, ganz knapp hinter Vettel. So, da wollen wir jetzt aber natürlich weiche Reifen nehmen. Wir haben auch noch drei Sets über und da würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal raus. Und dann wollen wir hier natürlich jetzt unter die Top-10 kommen, damit wir auf jeden Fall schon mal in Q3 sind. Man kann hier an dem Start wirklich sehr viele Plätze gut machen, das ist ganz gut bei dieser Strecke. Das ist natürlich dann auch unser Ziel. Aber umso weiter wir vorne starten, desto einfacher ist das Ganze natürlich. Und irgendwie so eine zweite Startreihe oder so, wäre mal was Schönes. So, gerade noch rechtzeitig. So, da haben wir jetzt aber noch zwei Kollegen. Ach, danke Herr Vettel, dass Sie hier auch mal ein bisschen von der Ideallinie runterfahren. Was für ein Trottel. Ach, komm schon. Im Ernst jetzt? War das schon abkürzen? Da möchte ich nochmal raufgucken. Ja, na gut, na gut, na gut. Also jetzt müssen wir aufpassen hier. Ja, das war jetzt nicht optimal. Da hätten wir in der Einkurve mehr bremsen sollen. Dann hätten wir die anderen hier alle besser bekommen. Na 1,24er Zeit wäre schon schön. Also das müssen wir schon haben hier. Oh, und dann hier auch noch mit durchdrehenden Reifen. Das war nicht ganz optimal. Und 1,24er, 0. Das war okay. Müssen wir einfach mal abwarten, was die Zeit wert ist. Fünfter aktuell. Oh, da wären wir jetzt durchgereicht. Ja, wobei. Ja. 0,4 Sekunden haben wir noch Puffer. Sollen wir es riskieren? Einfach laufen lassen? Ja, Grosjean und die Rester. Also aber wir haben ja auch noch Button und Perez als Puffer. Also das sieht ganz gut aus. Ja, wunderbar. Also zweimal mit einer Runde weitergekommen. Und jetzt müssen wir natürlich die beste Runde des Tages zeigen, damit wir hier gute Chancen haben. So, zwei Chancen haben wir. Zwei Runden können wir machen. So, dann geht es direkt auch raus. Und ja, dann mal viel Erfolg. Gut die Daumen drücken, damit wir hier morgen einen guten Startplatz haben. Ja. So, dann müssen wir hier mal. Ja. Geist. weit rausgekommen das war nicht ganz optimal ach hey da habe ich die kurve habe ich gar nicht erwischt da bin ich so ein bisschen vom stick runter gerutscht können wir mal gucken von hier aus am besten so jetzt die schikane sehr gut also eine 1 23er zeit wäre schon toll und 1 23 6 das sieht sehr gut aus da bin ich jetzt mal gespannt wo wir hier mit landen also top 5 wäre schon toll wenn wir das schaffen können aber es wird schwer ist jetzt schon der zehnte okay na gut dann würde ich sagen versuchen was noch einmal wir haben uns der reifen aufgespart so lassen wir noch mal die zeit laufen eine runde haben wir noch dann wissen wir direkt was sache ist so jetzt sollten wir aber raus so leute daumen drücken letzter versuch ansonsten ist es in anführungszeichen nur der zehnte 1 22 0 alter falter so dann mal los aber okay geht aber besser leichter vorsprung also der erste sektor war gut dreizehntel rückstand noch eine minute nur noch eine minute und fünfter das ist okay deine zeit ist im moment eine halbe sekunde langsamer als die bestzeit 1 22 6 1 oh gott oh gott oh gott da habe ich schon ganz vergessen auf start zu rücken also 1 22 6 das ist eine super zeit damit können wir leben das ist auch in ordnung so dann wollen wir mal gucken dann wollen wir mal gucken also es ist ein gutes ergebnis für uns denn nico ist natürlich wieder besser ja und ich würde sagen damit können wir mehr als leben der fünfte platz ja das ist okay das können wir wirklich machen also damit bin ich sehr zufrieden das dürfte auch der erste platz werden nach der ersten kurve dann wenn wir wieder so starten wie sonst auch ich versuche es möglichst fair zu machen natürlich wie immer aber manchmal muss man halt mal ellbogen ausfahren wir sehen uns dann morgen um 12 beim rennen und ich bin sehr gespannt was dabei rumkommt bis dann ja ich bin ich bin ich bin es ich bin ja Vielen Dank.